Sperrschicht ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Transistoren. Genauer gesagt im Zusammenhang mit dem Sperrschicht-Feld-Effekt-Transistor. Hier eingeblendet ist nun der Aufbau eines J-FET. Rot gekennzeichnet sind hier die Sperrschichten. Bei einem N-Kanal J-FET besteht die Sperrschicht aus einem P-dotierten Material. Bei einem P-Kanal J-FET besteht die Sperrschicht aus einem N-dotierten Material. Die Sperrschichten lassen sich durch die Steuerspannung steuern. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.